Ja, ja, ja. Aber also, ich habe nicht die Erinnerung, dass die Grünen einen Wunsch hatten, gerade in dem Bereich, und dann wurde geliefert... Also dann bitte ich Ihnen jetzt eine Wette an, eine Kiste Champagner, und das wird überprüft auf Ihren Druck, wo der Spitzenversatz gesenkt. Ich kann nur sagen, ich fand es richtig, da brauchen wir... Eine Kiste Champagner. Nein, wenn, dann Bier. Ich meine, Sie sind in einer Partei, wo man um Bier wettet, maximal, aber nicht um Champagner. Ich bitte Sie. Da sind wir schon wieder bei den Luxus-Themen. Aber mein entscheidender Punkt, ich wollte Herrn Westerwelle antworten. Können wir vielleicht wieder weniger über Ihre gestörte Zweierbeziehung reden, sondern über das, was die Zuschauer interessiert? Herr Westerwelle, es geht hier nicht um Zweierbeziehungen, auch nicht um Dreierbeziehungen, sondern es geht darum, dass ich eine grundsätzliche... Machen Sie die Männerfreundschaft untereinander aus, es geht um die Zuschauer. Es geht auch nicht um Männerfreundschaft, Herr Westerwelle.